Hallo und herzlich willkommen wieder bei Strateal Command World at World, nicht World, nicht World, aber so langsam habe ich mich dran gewöhnt an das neue Szenario. Ich nehme an, die Japaner haben vielleicht wieder ein, zwei Meter Land gemacht und in Europa ist noch Winter, das ist gut. Ja und das französische Schiff, naja, was soll's. Ah. Da geht es also los. Was auch immer alle Welt Luxemburg noch hat den Krieg erklärt, was mit den Gitarren. Da hat eine schöne Position der Anhalten ist sogar noch ein bisschen anders, weil halt alles so eng beieinander gedrängt ist. Er hat eine Akku in der Gegend, er hat Einheiten da. Ich möchte also irgendwas da in Afrika machen. Werner wird da jetzt leider auch da noch geschlagen. Ach klar, logisch, die Kolonie. Stimmt ja, Belgien ist ja jetzt im Krieg, deswegen. in denen das da hinten gehört. Ich habe mich gerade nur gewundert, warum wir irgendwo da was kriegen. Ja, ähm. Und sie haben sich Litauen am Ende geholt, hat man noch kurz gesehen. Die Niederlande kapituliert sich schon wieder. Belgisch, Kongo ist also mit dabei. Amazon North. Wir unterbrechen von erhöhter japanischer Flottenaktivität im Pazifik und unser Flottenstützpunkt mit Singapur ist unzureichend geschützt, wenn Feindsinnigkeiten in dieser Region ausbrechen sollten. Möchten sie Britisch Mariah mobilisieren? Äh, ja. Wir schwierigen Situationen auf dem Kontinent und in Morander Heimat müssen wir die Kräfte über die wir verfügen finden, um England vor einer Invasion zu schützen. Achso, das ist die Home Guard. Kennen wir auch aus Wound Europe und machen wir. So, jetzt ist mir natürlich mein Fehler aufgefallen. England ist ja noch nicht im Krieg mit Japan, deswegen kann unser Schiff hier im Moment nur herzlich wenig anfangen. Aber du kannst ja mal nach Singapur fahren. Ist der jetzt eigentlich als Minion hier mit dabei? Na gut, eine große Nation wird das ja wohl kaum sein. Äh. Somalien, Kenia, Belgisch, Kongo, Somalia, Kanada, Ägypten, Asienland. Der ist also auch nicht mal eine kleine Nation. Oder ist der bei irgendwem anders zugeordnet? Nein, der ist also einfach nur so da. Aber hey, er bringt 5 MPP. In sehr, sehr vielen Runden hat er sich das wieder auch ausbezahlt, was wir gerade dafür zahlen mussten. Naja gut. Wir können dafür jetzt auch schon britische Einheiten hinbringen. Und dieses Schiff kann ja eigentlich auch schon mal nach Singapur. Wenn wir irgendwann dann auch in England und Japan im Krieg sind, dann können wir die Handelsroute da angehen. Aber eigentlich ein bisschen in Reihenfolge hier erstmal wieder. Na, die Versorgung von ihm ist schlecht. Sagen wir mal. Wie ist das mit den Chinesis und Akkus? Der boostet hier. In einem Sinne können wir den vielleicht hier rüber ziehen. An die Stadt mit 10. Bringt der nun eigentlich wahr nicht genügend. Aber wenn wir den vielleicht hier reinbringen. Dann die Armee irgendwie da hinstellen. Und den da hin. Den da rein. Dann versuchen wir das so mal. So und der Pionier ist fertig. Aber ich denke diese Linie ist dann schon mal ganz gut beschützt. Hier droht nicht so viel. Wir sollten uns jetzt vielleicht um diesen Pfad da kümmern. Da kommt man auch mit einem Gewaltmarsch kaum hin. Obwohl, du stellst dich da schon mal hin, falls es da Ärger gibt. Und du gehst da rein. Und läufst dann darüber durch. Und ich. Weder so 2,2. Aber die werden. Erstmal verstärkt. Nun was machen wir eigentlich mit diesem Haku. Und es könnte auch versuchen sich dahin durchzuschlagen. Sorgung kommt eh schon von hier unten. Also ja gut. Warum eigentlich nicht. Du versuchst da unten hin durchzulaufen. Und ihr beide. Schaut mal ob ihr die Gegend noch halbwegs halten könnt. So. Ja das waren denke ich die Chinesen. Hier ist erstmal nicht viel. Okay die Italiener machen also hier drüben Ärger. Und hier wahrscheinlich angreifen sobald überall hier dann der Krieg erklärt ist. Das heißt wir sollten schon mal britische Truppen bereit machen. Aber. Irgendwann möchte ich mit denen erstmal gerne noch weiter Panzer kaufen. In Südafrika noch eine Einheit. Das sieht eigentlich nochmal mit der Eisenbahn aus. Doch. Also. Immerhin. Nicht wirklich optimal. Hier führt auch keine Linie so recht lang. Aber sagen wir mal immerhin. Aber dann bleibt ihr erstmal in Südafrika und schaut nach was so passiert. Wie weit ist Italien noch weg? Na ja gut 79. Die werden bald da sein. Dann sollten wir hier vorbereitet sein. Ja da kommen jetzt hinten noch 2-3 Runden. Die Strecke kannst du auch laufen. Hier schon mal ein zweites Chor haben. Aber die Armee hier würde ich eigentlich gerne erstmal voll verstärken. Und die kann dann auch mit nach Süden. Und der Rest schaut sich das hier erstmal an. Und auch mal eins der Schiffe hier. Ich glaube nicht dass hier irgendwelche feindlichen Schiffe sind. Aber nur mal um ein Schiff da zu haben. So dann kann unser HQ aus Frankreich natürlich auch erst. Also dass hier erst nächste Runde verschifft werden. Aber ich meine da haben wir schon mal mit den Briten Panzer unterwegs. Das ist doch schon mal ganz nett. Und der jenische U-Boot ist auch schon da. So ansonsten Franzosen. Ah ja wir haben natürlich den ersten Gegner schon direkt. Also ich weiß gar nicht ob die Belgischen Jagdflugzeuge im Zweifel auch bei uns bleiben würden. Oder ob die sich einfach stumpf auflösen. Aber viel erreichen können die diese Runde eh nicht falls regnet. Dann fliegt einfach mal darüber und wir schauen ob wir euch behalten können. Und ihr versucht hier in Brüssel auszuharren. Naja HQ. Hat eh keine Verschanzung. Der würde so oder so drauf gehen. Naja. Okay. Ne sonst noch mal nach hinten. Aber in Belgien ist sonst auch nicht mehr viel zu machen. Jetzt noch diese Einheit. Sollen wir die da wirklich vorschmeißen? Du gehst mal ein bisschen nach hinten. Du gehst ein bisschen nach hinten. Quasi das polnische Korps. Und ihr könnt noch in diesen Ort rein. Und die 15. März. Ich hoffe die sind noch zeitig fertig. Sonst kommt die da einfach viel zu schnell durch. Britische Luftwaffe bleibt erstmal so. Ihr macht das auch gut. Dann die gute alte Frage nach den U-Booten. Wir haben hier noch eins direkt vor uns. Wo wir denke ich sogar die Chance haben es zu zerstören. Mal in Bomber Modus. Der taucht einfach ab. Warte da ist er. Ah. Du kommst auch mit. Sehr schön. Ein Boot weniger. Ja. Hier ist dann erstmal keiner. Ja. Dieses französische Schiff gibt es ja noch. Du bist verstärkt. Dann kannst du in den nächsten paar Runden vielleicht wieder mitmachen. Und dann gucken wir mal. Da ist keiner. Hier irgendwo einer. Ich glaube wir haben keine Sichtung. Genau. Der wurde schon bewegt. Der fährt hier drüben mit nach Singapur. Äh. Ja. Ich glaube wir haben sonst keine weitere Sichtung. Ich werde trotzdem hier mal ein bisschen umschauen. Aber da ist soweit niemand. Okay. Das heißt Frankreich wird jetzt wohl demnächst drauf gehen. Dann. Muss ich nicht noch den hochzuziehen. Ich weiß nicht. Na gut. Gehen wir auf Nummer sicher kommen. Wenn die Italiener da irgendwie Ärger machen. So. Dann schauen wir mal. Die Briten sind eher am Forschungslimit. Und haben sich noch ein Panzer gekauft. Aber dann haben wir bald alle. Ich meine für die wird ja auch schon getaggt und so weiter. Ihr seid pleite USA. Sagen jetzt noch Produktion noch einen höher. Dann haben wir schon mal die Grundlagen für viele Punkte und bezahlbare Einheiten. Pavierte Union darf mit mehr Punkten rechnen. Plötzlich auf 48 Prozent. Weil hier den einen den Krieg erklärt hat und sich Litauen geschnappt hat. Das hat gut Prozente gebracht. Ähm. Um. Überlegen. Luftabwehrwaffen wären noch was. Aber vielleicht der Infanteriekrieg damit er möglichst durch ist wenn alles losgeht. Klar Luftabwehrwaffen sind auch schön weil wir kaum eine Luftwaffe mit den Sowjets haben. Aber das. So. China ist am Forschungslimit. Britisch Indien. Hat auf etwas gespart. Ich weiß es noch. Letzten Zug. Das war nicht der Loch. Nein. Das ist immer so ärgerlich wenn man genau weiß dass man auf irgendwas gespart hat in der letzten Folge. Und dann geht es aber keine Ahnung mehr hat was es eigentlich war. Ah. Das ist die Produktionstechnologie. Genau. Ich glaube schon Produktionstechnologie. Weil Flugzeuge ja so teuer sind. Und dann machen wir bei den Briten ein bisschen Arbeitsteilung. Die aus Großbritannien bringen dann ihre Armee unter anderem auch mit Panzer nach Ägypten. Und die Indischen holen sich dann die Flugzeuge. Und auf Dauer auch noch einen Schwung Bodeneinheiten. Und dann haben wir hier starke britische Verbände. Wir können auch aus den Kolonien dann ein bisschen nachziehen. Und dann schauen wir mal ob wir die hier nach China bringen. Oder insgesamt hier nach Ostasien. Oder hier irgendwo in den Bereich. Das ist mal die grobe Strategie. Und dort in China. Okay. Ich meine wir könnten das eine Kur zurück kaufen. Ah. Fehlen hier schon einige kommen. Die holen wir uns mal zurück. Ihr fangt hier auch an. Diplomatie. Achso. Ne. Britisch. Malaya ist noch gar nicht dabei. Er ist bei 99 Prozent. Geht auch mal da rein. Ja. Es geht recht schnell. Alle sind pleite. Aber dann würde ich hier schon mal eine zweite Einheit runter schicken. Die sind zum Teil alle so stark geschwächt. Na ich meine eine ist ja schon mal ganz gut. Und demnächst irgendwann werden die anderen auch kommen. Gut. Dann würde ich aber mal sagen. Hier stehen sie auch noch ganz nett. Ja. Sind wir bereit. So. Wir kriegen hier nochmal finnische Gebiete. Der Pionier hat die Festung rechtzeitig fertig gebaut. Und der andere Pionier ist auch fertig. Ja. Na 200 Punkte weil wir einiges ausgeben. Aber wir haben mal die U-Boote vertrieben für diese Runde. Und die restlichen war 154 Punkte für die Sowjets. Das ist ein sehr schöner Wehrer inzwischen. Ja. Und dann würde ich an dieser Stelle erstmal wieder sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tut auch beim Metal Meister mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.